ARD Text im Auftrag von Funk Die Sumse hat dich gerade noch vor Matchball gerettet, alter Finne Hereinspaziert! Hallo, wo seid ihr denn? Boah! Ariel, Hallöle mit Öle! Sag mal, Jungs, ich hab gehört, ihr habt Tickets fürs Wimbledon-Finale Aber hallo, los, komm mit! Losi! Hey, was machst du da? Stuckikowski! Das reicht! Und tschüss, ihr X-Deppen! Ich geh jetzt nach Wimbledon und guck mir richtiges Tennis an! Was soll denn das sein? Was ist denn los, Alter? Ihr müsst zahlen, wenn ihr hier reinfahren wollt! Ich glaub, der Mann hier will Bargeld sehen! So wie im Kino, oder wie? Alter, heute ist echt ein Glückstag! Wir haben nämlich fett was auf Tasche! Hm, die Kohle schnuppert lecker! Hier, guck mal, Keule! Ein wunderbarer Goldzahn! So, so! Der ist unecht! Schon gut, kannst den Rest behalten! Siehste ihn? Äh, nö! Der Typ ist wohl nach Hause gegangen! Kann man nichts machen! Na ja! Lechts echt! Der Platz hier ist für Moor-Team reserviert! Das passt doch, Ösi! Weil wir sind die besten Spieler, wo gibt! Auf Anhieb drin! Fast ohne Anrempeln! Mein lieber Scholli, wirf doch ein Auge auf unseren Bus, damit ihn keiner anbumst! Haben wir uns verstanden? Ja, ist betrinket! Reihe ZZZZ-Plätze 1001 und 1002! Hey, wir sitzen ganz da drüben! Ja! Von hier kann man doch überhaupt nichts sehen, oder? Doch, mit der Doppel-Lupe schon! Schnapp sie dir! Gehört eh niemand! Hey, lass los! Das ist mein Fernglas, du Idiot-Klau! Der soll ruhig sein! Na losi, dosi! Lass uns Ariel suchen! Ich hab sie! Hallo, Jungs! Los, wir gehen zu ihr! Boah, flotter Paternoster! Boah, der heilige Rasen! Cool! Pardon, die Herren! Redest du etwa mit uns? Seht ihr noch andere Tortel auf dem Platz? Ja, sicher da, dein Bruder! Ist das zu fassen, Roger? Die beiden Hühner meinen, sie wären die oberharten Jungs! Na los, hol's Bällchen, Hundefresse! Sag mal, könnt ihr eigentlich fliegen? Irre lustig! Find ich cool, dass deine Kumpels den Jungs beim Aufwärmen helfen! Nötlich, gar nicht schlecht! Sei ruhig! Doppelöde, Superöde, Megaöde! Idiotenpack! Naja, aber bei Videospielen gibt's wenigstens ein bisschen Action! Das ist genau das, was Tennis braucht! Das ist das, was Tennis braucht! Richtige Spiele! Äh, können wir euch vielleicht irgendwie helfen oder so? Es hat ihnen wohl nicht gefallen! Es war einfach nicht extrem genug! Das war einfach nicht so, was Tennis hat! Das war einfach nicht so, was Tennis hat! Meiner, ich hab ihn. Nein, meiner. Schöner Schlag getroffen. Hoffentlich seid ihr jetzt stolz auf euch. Natürlich, wir haben Tennis viel extremer gemacht. Ich glaub, ihr verschwindet jetzt mal besser. Unser Job ist erledigt. Wir spielen zu Hause weiter. Eier Schließtel. Und euer falscher Goldschahn. Hätten wir ja fast vergessen. Thank you, vielmals. Und hier sind eure Joysticks. Hey, Kuhel.